Wir waren beim Kindertag der Industrie und es war echt toll. Bereits zum zehnten Mal führen wir den Kindertag der Industrie heuer durch. 700 Jugendliche und Kinder und weitere 300 Schülerinnen und Schüler digital haben sich an diesem Kindertag beteiligt. Also mehr als 1000 Jugendliche haben sich für die Industrie interessiert. Über verschiedenste Experimente, durch physikalische Versuche, durch Bauanleitungen, durch Löten, durch Schweißen, durch Simulation, durch verschiedenartigste Instrumente und auch Beispiele haben wir versucht, das Interesse an Industrie, das Interesse an MINT, an Naturwissenschaft, an Technik näherzubringen. MINT ist einfach wichtig, weil es uns überall im Leben begegnet und vor allem in der Berufswelt und in der Industrie. Und genau deswegen versuchen wir sowohl Jungs als auch Mädels für MINT zu begeistern, weil MINT ist die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart. Und gemeinsam mit den Kindern zu forschen und experimentieren macht einfach riesigen Spaß. Der Kindertag der Industrie gehört für mich zu einem der schönsten Arbeitstage oder die zwei Arbeitstage, weil ich hier direkt sehe, wie die Kinder es schaffen, mit einfachsten Materialien volle Werkstücke zustande zu bringen. In meinem Fall bekommen die Kinder einfach ein Stück Holz und das müssen sie fahrbar machen. Sie bekommen keine Anleitung, gar nichts, sondern sie müssen sich selber überlegen, wie funktioniert das, wie kriege ich Räder auf ein Holzstück oder so. Und es ist jedes Mal ein neues Fahrzeug, was da rauskommt und es ist faszinierend. Der Kindertag der Industrie ist ein Fixpunkt. Wir sind schon zum dritten Mal da. Es macht riesigen Spaß, denn es ist ganz wichtig für die Kinder, dass sie mit der Technik in Berührung kommen. Der Grund, es macht ihnen extrem viel Spaß und deswegen gerne immer wieder da. Wir sind begeistert, mit welcher Freude und Motivation die ganzen Kinder da heute dabei sind. Ich fände es sehr gut, weil nächstes Jahr auch andere Stationen sind und wir die auch machen könnten in unserer Klasse. Und allein an den Gesichtern der Jugendlichen und Kinder heute habe ich wieder gespürt, wie wichtig das ist, wie gerne sie das machen, die Neugierde aufleben lassen. Das macht mir Mut, das stimmt uns zuversichtlich, dass auch die Industrie in der Zukunft gut aufgestellt ist, weil das ist unsere Zukunft. So gesehen ein gelungener, erfolgreicher Kindertag hier im Hause der Industrie.